Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Video von Hillclamp Racing 2. Jetzt wechsle ich erstmal die Teile vom Motorroller. Diesen Radstandboost entfernen und ihn gegen diesen Landeboost wechseln. Und jetzt frage ich schon mal. Jetzt lasse ich mal eine Truhe. Ach nein, dann bekomme ich leider keine Rangbelohnung. Jetzt fülle ich nochmal auf. Ach nein, dann bekomme ich leider keine Rangbelohnung. Hier und dann bekomme ich leider keine Rangbelohnung. Vielen Dank. 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 Jetzt mal meine sogenannte Stärkenrampe passieren und noch mal ins Ziel fahren. Juppie! Boss besiegt! Okay. 3, 2, 1 3, 2, 1, go! 3, 2, 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 go!